Hallo ihr Lieben! Schaut mal, was ich gezaubert habe. Das ist aus meiner Weihnachtsbäckerei für dieses Jahr. Alles ohne Mehl, ohne Zucker und ohne Backen. Wenn ihr wissen möchtet, wie die hergestellt werden, dann bleibt dran an meinem Kanal. Es werden die Tage Videos dazu folgen. Also, bleibt dran und seid gespannt. Bis bald! Tschüss!